hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft baro 6 zusammen mit dem unbekanntes heute haben wir vor in den never zu gehen also das haben wir zumindest vor oder ja bietet sich an für level und kümmer drauf ja ok 321 so dann würde ich sagen wir gehen direkt einfach hoch habt ihr wasser aber gegeben das wollte ich nicht danke ich gebe jetzt mal ein steak weil ich nett bin danke ich muss nur einmal kurz zu einem kräften wenig wegwerfen hast du leder im inventar nein okay nein das hätte ich dir gegeben damit mein eventar lehrer ist einfach die ja okay dann machst du das mache ich baue ich noch mal wenig kohle ab so das letzte mal habe ich mir in schärfe 4 und rückschoss ein schwert gemacht also da kann man nicht klagen würde ich sagen und dann haben wir auch noch viele die erst gefunden ich glaube sogar acht acht stück müssen das sein ja der paulo tv hat ja heute hat es weit bekommen theoretisch könnten wir ihn nein ich bin da irgendwie gegen wenig vor allem in dem projekt ich weiß nicht habe hasse ist sowas zu machen einfach weil es dann irgendwie unverdient ist wenn der typ stört das fühlt sich nicht ehrenhaft an ja ich werde typ joint atmet nicht und atmet nichts böse und wir warten dann schon da ja wir müssen ihnen ja eine chance zu entkommen lassen also irgendwo ein weg war und kommen kann auch klar aber wir müssen trotzdem ich mag es einfach nicht es ist böse und ehrenhaft wenn man jemanden zufällig findet und dann einfach angreift das ist was anderes würde ich jetzt mal sagen ja gut ich lasse ich mal zur seite ach ja ich mag die teil 1 neben meinen namen bad play 1 an 1 du kriegst keine 1 ich glaube ich glaube die immer ich hoffe kommen irgendwie draußen wieder so lava loch damit ich den ganzen müll rauswerfen kann ich habe hier drei stecke steine ich habe eins erreicht oder vor allem never was auf wasser kommt ja was wasser wäre es lange hätte ich angst nicht hast du jetzt schaden bekommst und stirbst ja ich komme noch hoch wir sind genau eigentlich hier wieder rauskommen wo es ein gebundelt haben ja dass er war einfach weg gemacht da ist hier war jemand ne das wäre ich das müsste ich in der aufnahme gewesen sein ich habe es nicht gesehen auch mal vielleicht noch mal ein paar bäumen blätter ab falls wir irgendwie äpfel wollen weil gold haben wir genug bekommt man von wirkenholz überhaupt keine ahnung ich glaube aber ich hätte mir mehr chancen kommen dass er weitergehen ja er war ein baum finden bau oder einfach mal ab weil ich hatte mal in war oder habe ich ganzheit das abgebaut und du kam einfach gar nichts laufen wir überhaupt in die richtige richtung ja tun wir nur was kann ich noch mal ich kann ja auch noch mal im notfall aufs born gucken aber ich glaube hier haben wir cross in anja das letzte mal getötet ja ja hier ist das baum hier ist noch reichen holz da kann ich darauf kloppen wir können ja auch gleich den ganzen daumen aufbauen oder ja aber das braucht ja auch eine zeit ich habe jetzt finden einfach ein apfel bei gold haben wir echt genug also ich war hier drauf als der kläger und abfüllt sogar das ist super das muss auch so gescheuert aus dem blätter abbauen ich habe auch ein apfel okay auf einmal sehen wir sind da gegner also es sind gerade eine andere aber wenn du so die die leute und sehen so viel was machen das was macht die spaß da und hier ist auch noch ein apfel okay dann haben wir drei weil wir was anderes brauchen wir das gold ja nicht einfach nur gold äpfel äpfel ich habe ich habe selber nur ein ich würde sagen ein wieder ich noch wenn wir glück haben ja hier stehen auch einfach nur so lose stämme ja oder auf dem baum schwein du musst auch hier oben unten gucken wir schon ziehen auch welche runter ich weiß kommen ein apfel brauchen wir doch einfach die hand mit glück verzaubern man kann ja glücktränke kann man erst in der 1 und 12 oder so machen oder glück kann man schon ewig machen schon vor ein könnte man sogar in 1 7 8 trägt die glückstränke ja in irgendeiner version hilfe ich habe zu lange gar mein club gespielt aber wir haben noch ein apfel ich baue noch mal kurz meine blätter hier ab eben warum machen wir hier noch einmal kurz mach du mal weiter ich baue eine werkbank oder hast du eine dabei werfe bei gelegenheit die äpfel zu so damit haben wir viel goldäpfel ich behalte alle vier ja ne warte hier zwei für dich dann kommt nächste halt never darf man fallen im later bauen keine ahnung aber lass mal das war einfach sicher ist sicher ja ja ich meine jetzt nicht direkt ans wohnen aber klar aber ihr lauf mir selbst rein ich kenne mich so muss man noch tiere töten ich habe mega wenig essen wie viel hast du denn ich habe noch eins also zwei verschiedene ihr weiß also steck und haben es gleich und dann ja ich habe hier acht fleisch hin geworfen ein bisschen habe ich noch mal gucken ob vielleicht hier irgendwas in den kisten drin gelassen der blume schade dass man diesmal recht blöcke nicht abbauen darf naja 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 was bringt uns das oh mein gott ich war auch hier lol lol ich war hier ich bin die aber der eine paulo das megana hier oder keine ahnung aber regel meint nicht die pitt mit angreifen ja dann wo bist du lang gelaufen weil ich weißt du ich habe hier da bist du ich habe jetzt schon voll acht da ist das morgen portal ja vielleicht habe glück auf in den never festung und dann verrecken wir alle rüber skeletten das wäre doch schön oder und das beste ist wir brauchen keine angst vor der border haben wollen wir uns dann auch noch tränke machen ja weiß nicht bin ich so in tränken so bewandert ach was darfst du nicht irgendwo runter fällt keine sorge ich bin profi wir hätten uns wieder ich ein kessel machen soll ja wer vielleicht nicht schlecht gewesen egal wir sind profis wir wissen was wir tun ich kann mit einem level glaube ich so rein habe ich schon wieder fünf sechs level habe ich jetzt glück haben finden wir hier sagt ich schon kommst du ja ich brauche ich kurz noch an der wir ab nicht rülpzen aber es scheint noch nicht allzu viele im lever gewesen zu sein auf den ersten blick finde ich auch so logisch du kannst im never wasser im kessel platzieren aber nicht so auf den boden na ja das ist ein weist beginialer logik naja wie er verdunstet er ja im kessel nicht oder ja ja ich glaube mit dem gestinkt normalen brauchte zwei oder drei jetzt haben stärke zwei bogen also ja ja auch gibt ja schon jemanden der stärke vier bogen und so ich weiß dass es das hoffe ist noch öffne offische retex oder wie heißt naja ist er auch alleine klar warum ich habe wahrscheinlich auch schon geile so cool weil er nur für sich machen muss ja oder lebt er nicht mehr weiß ich nicht wollte sich fragen ich weiß es selber nicht mal er hat ja irgendwie kein bock mehr hat er gesagt wollte deswegen die ganze zeit kämpfen ich gucke mal kurz noch die koordinaten von ihnen an wir sind wir sind um die 100 blöcke von ihnen entfernt und wenn wir jetzt von paulo in welche richtung bin wenn man die hier die dahinten und die weist was wir gehen aber zu sein koordinaten macht man kurz ich schreibe mal ob man bock auf dem feil hat oder sollte es machen ja ok paulo 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 die heißt ja auch das kommt auch holland bock auf war so ich habe geschrieben so ich folge jetzt machen wir gehen einfach mal zu seinen koordinaten ja ich werde in den anderen teams neiten ja aber er hat uns ja auch schon angefragt werden und kam ich meine ich meine wir haben mehr geschafft als wir eigentlich wollten oh ne gastrainer die nehme ich mal mit ja du weißt was lang geht ich muss kurz mal gucken 400 was machst du denn müsste hier sein genau hier ich denke hatte ich habe mir noch mal genau die koordinaten ja da müsste ich hier wir können jetzt aber nicht zwei folgen hatte ich mache ihm kurz und ich weiß aber wir können jetzt hier einfach mal so in der näheren umgebung kraft abbauen für level zum beispiel ja das können wir machen ich warte noch auf eine antwort von ihm ich meine wir sind ja noch so ehrenhaft und fragen vorher aber kämpfen will wenn ich hauen wir ja also da stand halt noch die höhe aber die höhe passt irgendwie nicht welche hast du denn ja doch oder ich glaube so opex hat sich dafür zahlen jetzt ist so noch mal genau den blog ich gucke auch noch mal warte ich gucke mir das noch mal an update oder minus 408 91 ja ich habe ich habe noch ich habe noch ich weiß wo er ist ja wir müssen auf jeden fall noch einen ausgang bauen sollte ich hat den server als dictator betreten er braucht auf jeden fall ausgang ich komme zu dir einfach wir werden sogar gleich gekickt eben am ende schlägt er versehentlich so ein zombie pikmin also eigentlich müsste das gehen ich stehe hier fünf vier drei zwei eins ja wir sind vom server geflogen vielleicht haben wir direkt bald wieder den nächsten kampf habt einen schönen tag